Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Meta, was ist denn jetzt? Ich habe keine Luft mehr. Und einen Fahrer brauchen wir auch noch. Wollen wir nicht mit dem Fahrrad? Ja, was denn? Und die Polizei geht zu Fuß, oder was? Wie überfällt man eine Bank? Du musst bereit sein, anderen wehzutun. Ich glaube, das kann ich. Wir sollen das gehen. Jetzt oder nie. Halt's Maul, das ist ein Überfall. Wenn du nicht willst, dass ich dich abknalle, du Wichser, dann tust du jetzt genau das, was ich dir sage. Also komm in die Puschen, du Scheißkerl, oder ich schieße dir in den Rücken. Du Arschloch. Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee? Im Bett. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kommt? Ja, wenigstens Eiler. Wie ist es? affe ist.